Herzlich Willkommen in Cottbus. Um Ihre Tour mit dem Audio-Guide zu erleichtern, erhalten Sie hier noch einige Hinweise. Es ist jederzeit möglich, die Wiedergabe mit Hilfe der Pause-Taste zu unterbrechen. Sie sollten diese Funktion nach jeder Wegbeschreibung nutzen, wenn Sie dieses Geräusch hören. Nach Erreichen des nächsten Ziels fahren Sie mit der Wiedergabe fort. Um eine Station nochmals anzuhören, betätigen Sie die Rückspultaste und halten diese gedrückt. Wir wünschen Ihnen viel Freude bei Ihrer audiovisuellen Tour durch Cottbus. Hallo liebe Sportfreunde, schade, dass wir uns nicht persönlich kennenlernen. Ich bin Gunet Hoffmeister. Ganz herzlich möchte ich Sie in meiner Stadt begrüßen und wünsche Ihnen einen interessanten und angenehmen Aufenthalt in Cottbus. Ich möchte Sie auf Ihrer Tour durch die zweisprachige Lausitz-Metropole akustisch begleiten. Zweisprachig? Sie haben richtig gehört. Haben Sie zum Beispiel die Straßenschilder genau betrachtet? Sie sind tatsächlich zweisprachig geschrieben, in sorbischer und in deutscher Sprache. Ich erkläre Ihnen warum. Aus der über 850-jährigen Stadtgeschichte geht hervor, dass in und um die Stadt herum jahrhundertelang Sorben lebten und wirkten. Und das hat sich bis heute erhalten. Übrigens stand auch auf meinem Stundenplan in der vierten Klasse sorbisch. Das ist eine Besonderheit der Stadt Cottbus. Eine andere ist zweifellos das historische Stadtzentrum mit der Sprem, einer Einkaufsmeile, und mit dem Spremberger Turm. Der Spremberger Turm ist gemeinsam mit dem Staatstheater, das im Spätjugendstil erbaut wurde, ein Wahrzeichen von Cottbus und vielleicht auch für Sie ein sehenswertes Ziel. Aber Cottbus ist auch eine Sportstadt. Und was für eine! Aus diesem Grund haben Sie sich ja für diese sportliche Tour per Fahrrad entschieden. In den nächsten Stunden werde ich Ihnen eine Menge interessanter Geschichten über die Cottbuser Sport- und Trainingsstätten erzählen. Außerdem mache ich Sie mit einigen der erfolgreichsten Athletinnen und Athleten der Stadt bekannt. Wir beginnen die Tour hier am Fahrradcenter von Lutz Häslich, einem der erfolgreichsten Radsportler Deutschlands, einem zweifachen Olympiasieger. Er ist der erste Radsprinter der Welt, der die 10-Sekunden-Marke im 200-Meter-Sprint geknackt hat. Und das war 1984 mit einer Zeit von 9,98 Sekunden. Inzwischen ist dieser Rekord natürlich überholt. Heute führt er dieses schöne Fahrradcenter, das größte in der Stadt. Sehen Sie sich einmal in seinem Geschäft um. Sie werden zahlreiche Erinnerungsstücke und Trophäen aus seiner aktiven Zeit finden. Ganz interessant ist die Variante mit dem in den Boden eingelassenen Vitrinen. Sie beherbergen unter anderem seine olympischen Medaillen und die dazugehörigen Trikots. Auch das Weltmeister-Trikot ist zu sehen. Trikots von befreundeten Radsportlern wie Jan Ulrich und Andreas Klöden gehören auch dazu. Aber schauen Sie sie einfach selbst um. Übrigens mit etwas Glück können Sie Lutz Heslich persönlich sehen und vielleicht auch sogar sprechen. Er ist ziemlich oft in dem Geschäft. Jetzt fahren Sie zur nächsten Station, zum Cottbusser Sportzentrum. Folgen Sie bitte der Wilhelm-Kült-Straße nach rechts bis zur Ampelkreuzung und hier wieder rechts in die Bahnhofstraße. Um über die Bahnhofbrücke zu kommen, müssen Sie kräftig in den Pedalen treten. Bergab etwas bremsen, nach der Ampelkreuzung links in den Stadtring einbiegen. Überqueren Sie nun eine weitere Ampelkreuzung und fahren hinter dem Zwölfgeschosser nach rechts in die Gartenstraße. Jetzt bitte geradeaus bis zur Kreuzung Ottilienstraße. Sie haben es bald geschafft. Bitte links weiter die Ottilienstraße entlang, die auf der Bautzener Straße endet. Folgen Sie der Bautzener Straße nach rechts. Nach wenigen hundert Metern können Sie bereits die nächste Station, die Lausitzer Sportschule, erkennen. Direkt vor der Schule befindet sich ein Stellplatz für Ihre Fahrräder. Sie befinden sich jetzt schon auf dem Areal des Cottbusser Sportzentrums. Dazu gehören die Lausitzer Sportschule, die BMX-Halle, die Lausitz-Arena, die Leichtathletik-Halle, das Leichtathletik-Stadion, die Radrennbahn und das Internat, das Haus der Athleten. Alles das werden Sie auf Ihrem Rundgang kennenlernen bzw. besichtigen. Es gibt kaum ein schöneres, kompakteres Gelände für die Vorbereitung der Sportler auf ihre Höhepunkte. Ideale Bedingungen, um schulische und sportliche Leistung auf hohem Niveau zu erreichen. Wenn ich das sehe, möchte ich nochmal jung sein, nochmal Sport treiben. In der 1954 in Forst gegründeten Kinder- und Jugendsportschule wurden in der DDR Schülerinnen und Schüler ab der Klasse 5 in den Sportarten Leichtathletik, Turnen, Boxen und Radsport ausgebildet und gleichzeitig zum Abitur geführt. 1975 gab es den Umzug der Schule in die Bezirkstadt Cottbus und sie kompletierte somit das Sportzentrum. Heute trägt sie den Namen Lausitzer Sportschule. Die Ausbildung wurde um die Sportarten Fußball, Handball und Volleyball erweitert. 1997 hat man das Haus der Athleten, das ehemalige Internat, modernisiert und gleichzeitig ausgebaut. Die Lausitzer Sportschule hat mit ihrer fast 60-jährigen Tradition eine besondere Bedeutung und auch überregionale Ausstrahlung. Diese Schule hat zahlreiche Weltklasseathleten hervorgebracht. Diese Athleten haben bis 2012 ca. 100 Medaillen bei internationalen Wettkämpfen wie Olympische Spiele, Weltmeisterschaften und Europameisterschaften errungen. Eine sehr, sehr stolze Bilanz. Einige von ihnen haben Sportgeschichte geschrieben. Zum Beispiel Rosemarie Ackermann, die erste Frau der Welt, über zwei Meter im Hochsprung und Goldmedaillengewinnerin in Montreal. Lutz Heslich, Olympiasieger 1980 und 1988. Erster Mensch im 200-Meter-Sprint Bahnradsport unter 10 Sekunden, nämlich 9,98. Darüber haben wir schon gesprochen. Gabriele Reinsch hält heute noch den Diskusweltrekord der Frauen mit 76,80 Meter. Eberhard Weise brachte es fertig, bei Olympischen Sommer- und Winterspielen zu starten. 1976 Montreal im 100-Meter-Sprint, 1984 im Sarajevo-Bopf-Sport. Birgit Radochla, Silbermedaillengewinnerin im Turnen. Sie kreierte ein neues Element, das ihren Namen trägt. Radochla-Rolle. Und natürlich Stefan Freigang mit der Bronzemedaille bei den Olympischen Spielen 1992 in Barcelona. Damit ist er erst der dritte deutsche Läufer, der im Marathonlauf eine olympische Medaille erkämpft hat. Das ist großartig. Es ist nicht ganz einfach, über sich selbst zu reden und heute muss es doch sein. Ich habe als einzige deutsche Mittelstreckenläuferin Medaillen bei zwei aufeinanderfolgenden olympischen Spielen erkämpft. Weltweit haben diese Leistung bisher nur zwei weitere Läuferinnen erbracht. Natürlich macht mich das ein ganz gehöriges Stückchen stolz. Zumal die Teilnahme an olympischen Spielen für jeden Hochleistungssportler das absolute Ziel ist. Und von den Spielen mit einer olympischen Medaille, bei mir waren es ja sogar zwei, nach Hause zu kommen, dieses Gefühl ist mit Worten kaum zu fassen. Dieses Gefühl ist nicht zu toppen. Ich denke, dass das im Leben eines Sportlers etwas ganz Besonderes ist und bleibt. Aber wir waren ja bei der Lausitzer Sportschule. Sie können später an der Ehrentafel in der Lausitzer Arena weitere Sportlerinnen und Sportler finden. 1997 wurde die Schule vom Deutschen Olympischen Sportbund mit dem Titel Elite Schule des Sports ausgezeichnet. Weitere neun Jahre später, am 15. September 2006, stand eine weitere Auszeichnung an. Diesmal durch den Deutschen Fußballbund mit dem Ehrentitel Elite Schule des Fußballs. Das macht sicher alle 550 Schülerinnen und Schüler, auch die Trainer und Lehrer, sehr, sehr stolz. Auch mich. Diese hervorragenden sportlichen und schulischen Leistungen konnten nur durch eine gute Zusammenarbeit hochqualifizierter Trainer, Lehrer und Erzieher sowie durch optimale materielle Bedingungen vor Ort erbracht werden. Es gibt auch noch die Schulpartnerschaft mit der Sportschule in Cilonagora in Polen und mit der Soccer Academy in Calgary in Kanada zu benennen. Sollten Sie Lust verspüren, die Schule anzuschauen, ich meine von innen, dann bitte im Sekretariat kurz anmelden. In den Gängen der Schule findet man viele Zeugnisse der bewegten Geschichte der Schule. Das ist für jeden sportlich Interessierten lohnenswert. Ihre nächste Station ist die Lausitz Arena. Hierzu verlassen Sie die Schule wieder durch den Hauptengang. Folgen Sie der Linné-Straße nach links. Nach etwa 50 Metern betreten Sie durch den linken Seiteneingang wieder das Schulgelände. Gehen Sie bitte geradeaus zur Aula. Dort gehen Sie nach rechts, wo Sie nach wenigen Metern linkerhand die ehemalige Boxhalle, die heutige BMX-Halle sehen. Rechts neben der BMX-Halle führt ein Weg auf einen großen Parkplatz. Von dort aus können Sie links schon die Lausitz Arena sehen. Eine der größten und modernsten Sporthallen im Land Brandenburg. Die Eröffnung der Lausitz Arena im Jahre 2003 war ein besonderes Highlight im gesellschaftlichen Leben der Stadt Cottbus. Zu den jährlichen Höhepunkten in diesem Sportkomplex gehört das internationale Springer-Meeting. In diesem Jahr war ich selbst Gast. 2012 konnten die Athleten bereits zum zehnten Mal ihre Besten ermitteln. Wir gehen erst mal rein, dann erzähle ich Ihnen mehr zu dieser Halle. Der Haupteingang ist nur am Veranstaltungstagen geöffnet. Gehen Sie bitte die Schräge hinunter und betreten Sie die Halle durch den Nebeneingang. Die Treppe hinauf und Sie kommen ins Foyer. Hier hängt die Ehrentafel mit den erfolgreichsten Sportlerinnen und Sportlern. Ein Großteil davon sind Absolventen der Sportschule. Die Lausitz Arena hat zwei Hallen. Die Dreifelderhalle ist mit Parkett ausgestaltet. Da kann man zum Beispiel Handball spielen. Und die kleinere Zweifelderhalle mit einem Kunststoff-Sportbelag. Die Arena bietet für ca. 2000 Zuschauer Platz. 2.225 Quadratmeters, fast eine Schnapszahl, stehen für sportliche Veranstaltungen, Training und Breitensport zur Verfügung. Ca. 400 Parkplätze runden diesen Gesamtkomplex ab. Sie verlassen jetzt die Lausitz Arena und gehen über den Parkplatz vor zur Leichtathletikhalle. Eigentlich ist sie nicht zu übersehen. Im Dezember 2010 wurde die neue und moderne Halle feierlich eröffnet. Die alte Laufhalle hatte nach 41 Jahren ausgedient und war die neuen Anforderungen einfach nicht mehr gewachsen. Mit 8,7 Millionen Euro wurde eine vierläufige 200 Meter Rundbahn, eine sechsläufige 60 Meter Sprintstrecke, eine Weitsprunganlage mit drei Anlaufstrecken, eine Stabhochsprunganlage mit einer lichten Höhe von 8 Metern, eine Werferhalle mit separater Kugelstoß, Diskus- und Sperrwurfanlage und ein Kraftraum installiert. Außerdem gibt es einen Aufwärmen- und Gymnastikbereich und nicht zu vergessen einen erweiterten und großzügig sanierten Umkleidebereich. Ein Blick durch die Fenster der Halle vermittelt Ihnen einen Eindruck von diesem imposanten Bauwerk. Vielleicht können Sie die Athleten beim Training beobachten. Eine Besichtigung der Leichtathletikhalle ist leider nur nach Anmeldung im Sportstättenbetrieb möglich. Aber ich denke, man kann durch die Fenster genauso viel sehen. Um zur nächsten Station zu gelangen, zum Leichtathletikstadion, gehen Sie längs der Halle, links bis zur Straße, die Hermann-Löhn-Straße. Hier biegen Sie nach rechts und folgen der Straße bis zu einem breiten, eisernen Tor auf der rechten Straßenseite. Durchqueren Sie es und gehen nach ca. 20 Metern links. Nach wenigen Schritten sehen Sie rechts das Leichtathletikstadion. Man kann es nicht übersehen. Dieses Stadion ist eigentlich schon sehr alt. Es wurde bereits kurz nach dem Zweiten Weltkrieg gebaut und am 16. August 1952 eingeweiht. Aber nach 28 Jahren wurde eine Rekonstruktion notwendig, damit die geforderten Standards auch internationale Sporthöhepunkte garantierten. Die Laufwettbewerben fanden bis 1980 noch auf Aschenbahnen statt. Ich kann mich noch gut an einen Wettkampf erinnern, bei dem uns ein starker Wind so viel Dreck ins Gesicht blies, dass ich stehen blieb und einige Sekunden wartete und dann dem Feld hinterher lief. Heute stehen den Wettkämpfern etwa 6000 Quadratmeter Kunststofffläche zur Verfügung. Unter anderem eine achtläufige Rundbahn. Und tatsächlich finden seit der Rekonstruktion hier bedeutsame nationale und internationale Wettkämpfe statt. Bereits 1985 fanden hier die achten Junioren-Europameisterschaften der Leichtathletik statt. Seit mehr als zwei Jahrzehnten wird hier das internationale German-Meeting der Leichtathletik ausgetragen. Sie haben wahrscheinlich davon gehört. Folgende Weltklasseathleten konnten wir hier bereits im Cottbusser Leichtathletikstadion begrüßen. Den Olympiasieger und fünffachen Weltmeister im Diskuswurf Lars Riedl. Die zweifache Olympiasiegerin und vierfache Weltmeisterin im Weitsprung Heike Drexler. Die Olympiasiegerin und dreifache Weltmeisterin im Kugelstoßen Astrid Kumbanus. Den dreifachen Weltmeister im Sprint Tyson G. aus den USA. Den zweifachen Weltmeister im Hürdenlauf über 110 Meter Colin Jackson aus England. Die erste Olympiasiegerin im Hammerwerfen überhaupt Camilla Skolimowska aus Polen. Und den unverwüstlichen dreifachen Olympiasieger und sechsfachen Weltmeister im Langstreckenlauf Kenenisa Bekele aus Äthiopien. Dieses Stadion war über zwölf Jahre meine Heimstätte. Eigentlich noch länger, wenn ich das Abtraining dazu rechne. Hier habe ich mit vielen anderen trainiert, geschwitzt und oft genug auch den Trainer verflucht. Aber das harte Training hat die Grundlagen für die späteren Leistungen gelegt. Und ich bin ganz sicher, es wird nie anders sein. Ohne Fleiß kein Preis. Oder vor den Erfolg hat Gott den Schweiß gesetzt. Ich denke gerne an die Zeiten meines Leistungssports zurück. Es waren harte, aber schöne Jahre. Sie haben mich geprägt. Gerade diese zwölf Jahre Hochleistungssport haben mich zu dem gemacht, was ich heute bin. Beim Lesen meiner Trainingspläne kann ich es gar nicht glauben, dass ich das alles einmal geschafft habe. Stellen Sie sich vor, jeden Morgen um sechs Uhr aufstehen, Zähneputzen, sechs Kilometer lockeres Laufen, zehn Minuten Gymnastik. Danach Frühstück. Erste Trainingseinheit vielleicht um zehn Uhr. Und dort gab es solche Programme wie zehnmal 400 in je 63 Sekunden und 100 Meter Trabpause. Wie geht das? 400 Meter volle Kanne laufen, 100 Meter weniger als joggen, traben. Langsamer als joggen. Also man hat nicht viel Zeit. Die 100 Meter sind schnell vorbei. Dann geht es wieder los. 400 Meter volle Kanne, 100 Meter Trabpause. Und das gleiche zehnmal. Es war schon hart. Aber immer nach dem Motto, von nichts kommt nichts. Von hier aus sehen Sie schon unsere nächste Station, die Radrennbahn. Um der Radsportgeneration der Nachkriegszeit gerecht zu werden, erbaute man 1951 ein Radstadion, das im Oktober 1951 eingeweiht wurde. Bereits ein Jahr später fand vor 10.000 Zuschauern das erste offizielle Rennen statt. In den nachfolgenden Jahren veränderte sich die internationalen Anforderungen an den Radsport. Daher wurde 1985 die komplette Bahn abgetragen und innerhalb von zwei Jahren neu errichtet. Sie ist seit damals eine der attraktivsten Radrennbahnen Deutschlands und gilt bei Sportlern und Experten als schnellste Betonpiste der Welt. Die international erforderliche Bahnlänge ist mit 333,33 Metern garantiert. Die durchgehende Bahnbreite beträgt 7,50 Meter und der Neigungswinkel der Horizontalen 41,89 Grad. Schade, dass Sie die Bahn nicht betreten dürfen. Sie hätten mal ein Gefühl, was die 41,89 Grad Neigung bedeuten bzw. wie sich das anfühlt. Natürlich wurde beim Bau auch großer Wert auf bestmögliche Bedingungen für Zuschauer und Organisatoren gelegt. Hier werden Wettkämpfe wie zum Beispiel der Sprinter Cup, der Weltcup und die Deutschen Meisterschaften ausgetragen. 2007 fanden auf dieser Anlage die Bahn Radsport Europameisterschaften statt. Dabei sicherte sich der Cottbusser Radsportler Maximilian Lewy die Bronzemedaille im 1000 Meter Zeitfahren. Auf der Radrennbahn trainierten unter anderem die international sehr erfolgreichen Bahnradsportler Lutz Häsig, den haben wir schon öfter genannt, Lothar Thoms, fünfmal Weltmeister im 1000 Meter Zeitfahren, Jens Glücklich und Emanuel Rasch. Heute trainieren hier Maximilian Lewy, Roger Kluge und Olaf Pollack. Auch der Sohn des zweifachen Olympiasiegers Lutz Häsig, Nico, dreht hier seine Runden. Jetzt haben wir alle wichtigen Sportstätten des Cottbusser Sportzentrums besichtigt. Um nun zu Ihrem Fahrrad zurück zu gelangen, laufen Sie bitte rechts am Radstadion entlang. Nach wenigen Metern sehen Sie schon den Schulweg, welcher Sie wieder zur Sportschule zurückführt. Auf dem Weg dorthin werde ich Ihnen einige olympische Gedanken vermitteln. Wussten Sie eigentlich, dass Olympiade und olympische Spiele zwei grundverschiedene Dinge sind? Eine Olympiade umfasst den Zeitraum von vier Jahren und findet ihren Höhepunkt in den olympischen Spielen. An den ersten olympischen Spielen der Neuzeit, 1896, hatten nur rund 250 Athletinnen und Athleten aus 14 Ländern teilgenommen. In den nächsten 115 Jahren gab es eine enorme Entwicklung der olympischen Bewegung. So nahmen beispielsweise an den Sommerspielen 2008 in Peking 11.126 Athletinnen und Athleten aus 204 Ländern an 302 Wettbewerben teil. Seit 1924 werden auch olympische Winterspiele durchgeführt. Im Vergleich zu den Sommerspielen ist die Anzahl der Teilnehmer und der Teilnehmerinnen bei den Winterspielen bedeutend geringer. Während der Winterspiele 2010 in Vancouver waren 2.566 Athleten aus 82 Ländern angemeldet. Sie traten in 86 Wettbewerben an. Dabei geht es auch während der Winterspiele ziemlich heiß zu. Die Titelkämpfe im Schnee und auf dem Eis sind mindestens ebenso spannend wie ein Marathonrennen unter der brütenden Sonne. Sie sind jetzt sicher schon bei Ihrem Fahrrad angekommen, oder? Die nächste Station der Tour ist das Trainingsgelände des Fußballclubs Energie Cottbus und die BMX-Bahn. Sie verlassen jetzt das Areal der Sportschule bzw. des Sportzentrums und fahren mit dem Rad wieder zur Bautzener Straße. Halten Sie sich bitte rechts. An der Kreuzung zur Hermann-Löhn-Straße biegen Sie links ab. Vorsicht beim Überqueren der Bahnschienen. Ich möchte Sie gesund und munter weiterführen. Nach einigen Metern geht es links den Radwanderweg Tour Brandenburg hinauf. Hier führt der Weg an der Spree entlang, eigentlich sehr gemütlich. Und da wir gerade noch ein wenig Zeit haben, schieben Sie doch Ihr Fahrrad die ca. 700 Meter und ich erzähle Ihnen etwas mehr über Olympia. Die Olympische Bewegung eines Staates wird durch das NOK, das Nationale Olympische Komitee, geleitet. Die fünf Olympischen Ringe sind das Symbol des Internationalen Olympischen Komitees. Das ist der Verband, in dem sich alle nationalen Olympischen Komitees vereint haben. Pierre de Coubertin, der Neubegründer der Olympischen Spiele, entwarf die Olympische Fahne. Das ist eine weiße Fahne mit den fünf Olympischen Ringen, die nur während der Olympischen Spiele gehirscht wird. Zu den fünf Ringen, sagte er, ihre Gestalt ist symbolisch zu verstehen. Sie stellen die fünf Erdteile dar, die in der Olympischen Bewegung vereint sind. Ihre sechs Farben entsprechen denen sämtlicher Nationalflaggen der heutigen Welt. Übrigens, wussten Sie, dass die DDR 1952 nicht an den Olympischen Spielen teilnehmen durfte? Das National-Olympische Komitee der DDR wurde vom IOC, also vom Internationalen Olympischen Komitee, nicht anerkannt. Ein Ergebnis des Kalten Krieges zwischen Ost und West. Danach gab es bei den Spielen von 1956 bis 1964 eine gesamtdeutsche Olympiamannschaft mit einer neutralen Hymne. Die Hymne oder an die Freude aus Beethovens neunter Symphonie und der schwarz-rot-goldenen Fahne mit den Olympischen Ringen. Seit den Olympischen Sommerspielen 1968 bis zu den Sommerspielen 1988 nahmen zwei deutsche Mannschaften teil. Cottbusser Sportler konnten bei den Olympischen Spielen bisher neun Goldmedaillen, 21 Silbermedaillen und 14 Bronzemedaillen erkämpfen. Seit den ersten Olympischen Spielen der Neuzeit, Sie wissen, sie fanden 1896 statt, hat sich die Olympische Bewegung stark verändert und weiterentwickelt. Zum Beispiel werden seit 1960 die Paralympischen Sommerspiele für Athleten mit Behinderung ausgetragen. 16 Jahre später folgten die Paralympischen Winterspiele. Sie finden immer im Anschluss an die Olympischen Sommer- bzw. Winterspiele statt. Bestimmt ist es für Sie interessant zu erfahren, welche Voraussetzung eine Sportart erfüllen muss, um ins Olympische Programm aufgenommen zu werden. Für die Teilnahme an Sommerspielen muss die Sportart in mindestens 50 Ländern auf drei Kontinenten verbreitet sein. Zu den Winterspielen zugelassene Sportarten müssen in mindestens 25 Ländern auf drei Kontinenten betrieben werden. Jetzt aber wieder rauf auf den Satteln. Fahren Sie weiter auf dem Radwanderweg Tour Brandenburg, der parallel zur Spree verläuft, bis zum Parkplatz an der Parzellenstraße. Am Parkplatz biegen Sie nach links in die Parzellenstraße ein. Dieser folgen Sie bis zum Trainingsgelände des FC Energie Cottbus. Mit ein bisschen Glück schauen Sie den Profis eventuell beim Training zu. Hier kommt man als Fan sehr nah an die Mannschaft heran. Das will ja jeder. Und der eine oder der andere Freizeitprofi kann sich vielleicht ein paar Tricks von den Großen abgucken. Na dann viel Glück. Ein kleiner Weg führt neben dem Trainingsplatz zur BMX-Bahn mit der gut sichtbaren Startrampe. Den Radsportbegeisterten unter Ihnen muss bei diesem Anblick doch eigentlich das Herz aufgehen, oder? Die Anlage ist noch gar nicht so alt. Sie wurde erst 2008 fertiggestellt und gehört zu den modernsten BMX-Anlagen Deutschlands. Die sechs Meter hohe Startrampe ist 2010 gebaut worden. Das sieht nach einem gewaltigen Adrenalinschub aus. Ich könnte mir vorstellen, dass sich ein Stabhochspringer beim Überqueren der Latte ähnlich fühlt. Aber der muss erst mal sechs Meter hinauf und dann wieder runter. Hier auf der Cottbusser BMX-Bahn finden nationale Wettkämpfe, wie zum Beispiel Wertungsläufe der BMX-Bundesliga oder auch der BMX-Cup und die Deutschen Meisterschaften statt. Diese öffentlich zugänglichen Sport- und Freizeitanlage ist jeden Nachmittag für Freizeitsportler nutzbar. Besonders Jugendliche toben sich hier aus und können sich aneinander messen. Wenn Sie sich das zutrauen, können Sie die Bahn auch gerne testen. Aber schauen Sie zur Sicherheit noch einmal auf die Öffnungszeiten. Der Eintritt ist kostenfrei. Nun steigen Sie wieder aufs Rad und fahren zur nächsten Station, das Fußballstadion des FC Energie Cottbus. Fahren Sie rechts um die BMX-Bahn herum, bis Sie zum großen Parkplatz gelangen und überqueren diesen. Halten Sie sich rechts und fahren die Schräge hinauf zum Stadtrink. An der Ampel wechseln Sie die Straßenseite und fahren rechts über die Brücke und dann gleich die Schräge hinunter zum Stadion. Man kann es sogar sehen. Fahren Sie rechts durch das große eiserne Tor und dann links am Stadion vorbei. So gelangen Sie zum Haupteingang des Stadions. Hier können Sie Ihr Rad abstellen. Lassen Sie uns am besten in das Stadion gehen und auf den Rängen Platz nehmen. Dann erzähle ich Ihnen etwas über das Stadion und über den Fußball. Das Stadion wurde als Teil einer großen Sportanlage gebaut und bereits 1930 eingeweiht. Seit den 1970er Jahren spielt hier der FC Energie. Damals hatte das Stadion schon Platz für 15.000 Fans. Jetzt sind es knapp 8.000 mehr. Die neue Nordwand mit der unverwechselbaren Stimmung bringt eine tolle Atmosphäre in die Heimspiele des FC Energie. Da möchte man am liebsten selber auf dem Platz stehen und sich bejubeln lassen. Und wenn Sie auf den Rängen stehen, dann stellen Sie sich die 22.000 Fans vor, die lautstark ihre Mannschaft unterstützen. Muss ein tolles Gefühl sein. Sie wissen ja wahrscheinlich, der Fußball ist die schönste Nebensache der Welt. Als Leichtathletin habe ich nicht so viel mit dem Fußball zu tun, aber in meiner aktiven Zeit habe ich auch schon hier auf dem Rasen im Stadion trainiert. Ich kann heute nicht mehr sagen, wie das kam, aber irgendwie hatte ich eine Verletzung und der Rasen schien uns besser als der Rasen damals bei uns im Leichtathletikstadion. Leichtathletik und Fußball kann man ja nicht miteinander vergleichen, aber die Begeisterung ist bei den Fußballspielen und bei den Wettkämpfen in der Leichtathletik ähnlich groß. Natürlich, das Publikum ist ein anderes. Ich selbst hatte mal ein Erlebnis im Leipziger Zentralstadion, das fasste damals 100.000 Zuschauer und wir durften in der Fußballpause laufen. Die Begeisterung war unterschiedlich, weil das Fußballpublikum sich für die Leichtathletik nicht so sehr begeistern kann. Aber bei den Olympischen Spielen in München, wenn ich daran denke, kriege ich immer noch Gänsehaut. Wenn dort 80.000 Menschen jubeln und man steht dort unten klein wie Hut, dann geht das nicht anders. Dann kriegt man Gänsehaut und kriegt gleichzeitig Angst vor der eigenen Courage. Aber trotzdem ein tolles Gefühl und ich glaube, das ist bei Fußballspielen, bei Leichtathletikwettkämpfen, bei Turnwettkämpfen, bei Schwimmwettkämpfen immer das Gleiche. Zuschauer sind begeistert, Athleten werden angefeuert. Wenn Sie wieder Kraft getankt haben, geht es zurück zu Ihrem Rad und weiter zur nächsten Station auf der Tour zum Radweltmeister Jens Glücklich. Dazu müssen Sie als erstes die vor Ihnen liegende Brücke überwinden. Jetzt sind Ihre Kondition und Ihr Siegeswille gefragt. Es geht 60 Stufen hoch und 60 Stufen wieder runter. Die schaffen Sie doch mit links, oder? Mit dem Fahrrad natürlich. Hinter der Brücke führt die Ludwig-Leichhardt-Allee rechts am Raumflugplanetarium vorbei, geradeaus an der Spree entlang. Am Ende der Allee halten Sie sich links und fahren auf die Franz-Mering-Straße. Radeln Sie bitte geradeaus vorbei an den Spree-Arkaden. Vor der nächsten Brücke biegen Sie rechts in die Uferstraße ein. Sie kommen direkt am Industriedenkmal Kunstmuseum Dieselkraftwerk vorbei. In der Uferstraße befinden sich linkerhand die ältesten Häuser der Stadt, die Gerberhäuser, die aus der Mitte des 18. Jahrhunderts stammen. Danach biegen Sie an der nächsten Kreuzung links ab. Dort sind auf der rechten Straßenseite noch Reste der alten Stadtmauer zu sehen. Fahren Sie weiter geradeaus bis zur Boutique Happy Sun & Fashion. Die Boutique gehört Jens Glücklich dem zweifachen Weltmeister im Einzelzeitfahren über 1000 Meter. Er gehört zu den erfolgreichsten Radsportlern der Stadt. 1992 trat der damals 26-Jährige bei den Olympischen Sommerspielen in Barcelona in der Disziplin 1000 Meter Zeitfahren an und wurde Vierter. Er hat es geschafft, in zehn aufeinanderfolgenden Jahren bei Weltmeisterschaften immer eine Medaille zu erringen. Zum Abschluss seiner Karriere holte Jens Glücklich, genannt Happy, gemeinsam mit Emanuel Raj, die Silbermedaille bei den Bahnweltmeisterschaften 1994 in Palermo im Tandemsprint. Die Trophäen und Zeugnisse seiner sportlichen Leistungen können Sie sich in seinem Geschäft anschauen. Wenn Sie sich alles angesehen haben und vielleicht die Gelegenheit nutzen konnten, mit Jens Glücklich persönlich zu sprechen, kann es ja jetzt weiter zur nächsten Station der Tour gehen, dem sogenannten Walk of Feen. Sie fahren in Richtung Sprenberger Turm und danach rechts in die Sprenberger Straße. Allerdings müssen Sie hier vom Rad absteigen und circa 300 Meter zu Fuß gehen. Die Sprem ist nämlich eine Fußgängerzone. Apropos Laufen. Sie wissen sicher, dass es zahlreiche Unterschiede, die Laufwettbewerbe innerhalb des Olympischen Leichtathletikprogramms gibt. 100 Meter, 200 Meter, 400 Meter, 800 Meter und so weiter und so weiter. Und die längste Laufstrecke der Marathon? Und der hat eine sehr interessante Geschichte. Wissen Sie, lieber Gast, wieso eine Marathonstrecke gerade 42 Kilometer und 195 Meter lang ist? 1896, bei den ersten Olympischen Spielen der Neuzeit, war der Marathon noch 39 Kilometer lang. Zwölf Jahre später wurden die Sommerspiele in London ausgetragen. Der Lauf sollte zu Ehren der Queen am Schloss Windsor starten und vor der königlichen Loge im Stadion enden. Um das zu realisieren, wurde die Strecke kurzerhand um 3195 Meter verlängert. Und nun kennen Sie die wahre Geschichte. Das Olympische Feuer war das antike Symbol für den Frieden während der Olympischen Spiele. Bei den Spielen der Neuzeit gab es bis 1936 dieses Olympische Feuer nicht. 1936 hat man sich an dieses antike Ritual erinnert und es wiederbelebt. Im Hain von Olympia wird mittels eines Hohlspiegels durch die Sonne das Feuer entfacht. Von hier aus wird es in den Veranstaltungsort der Olympischen Spiele gebracht. Von ausgewählten Sportlerinnen und Sportlern wird die Olympische Fackel durch das jeweilige Land bis in das Olympiastadion getragen und in einer Feuerschale entzündet. Damit sind die Olympischen Spiele eröffnet. Gleich erreichen Sie den Altmarkt am Ende der Sprenberger Straße vorbei an der Konditerei und Café Lauterbach und der Cottbusser Baumkuchenmanufaktur. Ab dem Altmarkt dürfen Sie auch wieder Ihr Rad benutzen. Fahren Sie geradeaus am Altmarkt vorbei und biegen in die Berliner Straße links ein. Nach einigen wenigen Metern kommen Sie am Fanshop des FC Energie Cottbus vorbei. Hier im Fanshop gibt es alles, was das Herz eines Fußballfans, wenn es für Energie Cottbus schlägt, begehrt. Jeder Sieg der Mannschaft wird in Cottbus ausgelassen gefeiert. Und wenn Sie zu Hause sind und gemütlich vor Ihrem Fernseher sitzen, dann drücken Sie beim nächsten Spiel doch einfach dem FC Energie beide Daumen. Jetzt stehen Sie auch schon vor dem Cottbusser Rathaus. Eine Plakette an der Außenwand des Rathauses weist auf die besondere Ehrung der Cottbusser Olympiamedeingewinner hin. Die Stadt widmet seit dem 20. Mai 2006 ein Stück des Gehweges vor dem Rathaus seinen bedeutendsten Sportlerinnen und Sportlern. Cottbus reiht sich mit diesem Walk of Fame in die Liste seiner bekannten Vorbilder in Toronto, Berlin und Los Angeles ein. Das Besondere am Cottbusser Walk of Fame sind die überdimensionierten Medaillen unserer Olympiamiken, die in den Gehwegplatten eingelassen sind. Die Einweihung fand anlässlich der 850-Jahr-Feier von Cottbus statt. Moderiert hat diese Eröffnungsskala ein ebenso berühmter Sohn der Stadt, die Reporterlegende Heinz-Florian Oertel. Bei Olympia zu starten ist einfach das allergrößte für einen Sportler. Für mich war diese Ehrung emotional sehr stark. 30 Jahre nach meiner aktiven Zeit auf solch eine Art geehrt zu werden, ist sehr ergreifend. Dabei musste ich 1981 aus beruflichen Gründen meine Stadt verlassen. Ich stelle mir vor, wenn es mich nicht mehr gibt, werden viele Menschen beim Betrachten der Medaillen angeregt, sich mit unseren Leistungen auseinanderzusetzen. Das ist schön. Bis zu den Sommerspielen 2008 wurden 44 Medaillen in den Weg eingebracht. Ich hoffe ganz besonders stark, dass es sehr, sehr viele mehr werden. Einige dieser Namen werden Sie sicher kennen. Und vielleicht gibt es auch Sportler darunter, die Sie noch nicht kennen. Das könnte zum Beispiel der Turner Gustav Schuft sein, der erste Cottbusser Olympia-Medaillengewinner der Neuzeit im Turnen. Marco Rudolf, der einzige Cottbusser Olympia-Medaillengewinner im Boxen. Gerd Franzka, der erste Cottbusser Para-Olympics-Medaillengewinner in der 4x100-Meter-Staffel. Oder auch Martina Jentsch, Bronze-Medaillengewinnerin 1988 im Turnen. Ach, schauen Sie einfach selbst nach. Apropos Frauen. Haben Sie gewusst, dass bei den ersten Olympischen Spielen der Neuzeit Frauen nicht in allen Disziplinen vertreten waren? 1900 in St. Louis durften sie nur Tennis spielen. Auch viel später, 1972 in München, bei den 20. Olympischen Sommerspielen, an denen ich ja selbst teilnahm, waren nur ein Drittel der angetretenen Athleten Frauen. Begründung. Nach Coubert Hanks olympischem Idealbild sollten nur erwachsene männliche Einzelkämpfer teilnehmen, ähnlich dem antiken Vorbild. Und das blieb über 1000 Jahre lang so. Die siegreichen Olympioniken in der Antike wurden mit einem Ölzweig als Anerkennung für ihre Leistungen geehrt. Manchmal bekamen sie in ihrer Heimatstadt lebenslange Steuerfreiheit zugesprochen. Oder sie durften, sofern sie aus Athen kamen, es gibt da ein Beispiel, kostenlos im Stadthaus speisen. Auch das hat sich gewaltig geändert. Zu meiner Zeit konnte ich die Farbe meines Autos aussuchen und musste nicht jahrelang darauf warten. Außerdem hatte ich keine finanziellen Einbuße, wenn ich beruflich durch Trainingslager und Wettkämpfe ausgefallen bin. Eine richtige, schöne Sache. Heute werden Millionenpreise für die Sieger ausgeschüttelt. So, liebe Freunde, die Tour ist hier zu Ende. Aber zu sehen gibt es noch mehr in Cottbus. Zum Beispiel in dem Branitzer Park, das Meisterwerk des Gartenfürsten von Pückler-Muskau, die Cottbuser Altstadt mit den historischen Gebäuden und die westliche Stadterweiterung mit ihren sehenswerten Jugendstilhäusern. Um ihr ausgeliehenes Fahrrad wieder ins Fahrradcenter von Luzesig zurückzubringen, wechseln sie vor dem Rathaus die Straßenseite und fahren die Berliner Straße weiter geradeaus. Rechts befindet sich die Cottbuser Stadthalle, kann man nicht übersehen, und die Einkaufspassage Spreegalerie. An diesen markanten Orientierungspunkten radeln sie vorbei, überqueren die große Kreuzung und biegen nach etwa 200 Metern links in die Schillerstraße ein. Fahren sie geradeaus weiter am Schillerplatz mit dem Cottbuser Staatstheater vorbei. Das ist das einzige als Spielstätte genutzte Jugendstiltheater Deutschlands. Am Ende der Schillerstraße biegen sie ein letztes Mal links ab. Von hier aus sehen sie schon das Fahrradcenter von Lutz-Hesig. Ich verabschiede mich von Ihnen, bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. In diesem Sinne sportfrei, bis zum nächsten Mal. Ihre Gutenheil-Topfmeister. Die inputs sucht und wenigstens nicht so schnell alle Wet's haven. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018